Fast geschafft! Da fährt die Feuerwehr! Komm, soll uns Ilgon-Kamera nerven. Oh, fuck! Aber Cartman als Begleiter ist auch ganz cool. Ah, ich denke, wir gehen da weg. Home of... Blablabla... Ottawa ist das Kapital des ganzen Kanadens. Willkommen in die Bank des Kanadens! Oho, amerikanische Geld! Die aktuelle Ereignisse ist 1,24 pro Dollar. Oh, okay. Oh, okay, ich hatte schon Angst, dass das Video's endet. Willkommen in die Ottawa-Klinik! Bist du hier für einen HIV-Test? Ich kann dich für 5 Kanadischen Dollar heilen. Deine Gesundheit ist voll und dein HIV-Test ist negativ. Willkommen in die Produkte! Kann ich dich in meinen Waren interessieren? Willkommen in die Bank des Kanadens! Oho, amerikanische... Willkommen in die Produkte! Kann ich dich in meinen Waren interessieren? Oho... Der macht extrem Schaden. Angriff erhöht... Waffenschaden erhöht sich um 5 Mal vom Rüstungswert? Hm? Oh... Von meiner eigenen oder der vom Gegner? Boah, der ist extrem krass, kanadische Hellebarde. Das ist extrem krass. Guckt euch das an. 769 bis 1000. Welche kommen nicht mehr so weit? Und zwei Aufrüstungsslots. Ach, macht der? Versteckt jeden Angriff und 250 Schaden. Den muss ich auch. 24... Ich brauche immer mehr kanadisches Geld. Willkommen in die... Oho, amerikanische Geld! Willkommen in die Schaden! Kann ich dich in meine Waren interessieren? Oho, den kann ich aber noch nicht anwenden. Das fällt mir gerade auf. Oh, Tempo-Store kann ich... Einen kann ich nicht mehr kaufen. Aber ich muss sagen, haben die echt EXTREM geil gemacht mit diesem 8-Bit-Charme und... so weiter. Ihr wisst Bescheid. Kanadische Hellebarde, okay. Einen Waffenaufsatz mache ich hier auch mal ab. Ich will mal was gucken, okay. Wir haben zwei Slots. Ignorieren bis zu 100 Rüstungen. 50 Schaden. Kann ich leider noch nicht an. Sonst will ich unbedingt... Oh, das dauert noch etwas. Aber ich bin immer... 50 Feuerschaden. Hmm... 35% und... Ähm... Nein. Wenn wir... 50 Feuerschaden ist natürlich auch geil, weil die brennen. Oder 100... Was hast du denn noch so? Ja, so... Solange ich hier bin, mache ich... Ich hoffe, ich denke, wenn ich gegen Al Gore kämpfe, dann... Nehme ich dieses 100 Rüstungen ignorierendes da. Aber hier nehme ich mal... 50 Feuerschaden, weil dann brennen die Penner. Und... Flummi... Ähm... Du bekommst natürlich mal drei Bluten. Hier dürfte eigentlich noch alles tiptop sein. Kann ich bei dir verkaufen, Mister? Willkommen zur Shoppe! Kann ich dich in meine Waz interessieren? Aber natürlich dürfen Sie, wenn Sie so freundlich fragen. Ah... Da nicht... Kann... Weg! Nein, nein, den will ich noch behalten. Den definitiv. Äh... 50 Schaden verstärken. Den habe ich extra gekauft. Okay. Schaden mache ich nie. Den will ich behalten. 2 Empfehlwände und Markenwand. Oft habe ich doch den besten. 2 Empfehlwände und Markenwand. 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 7 8 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 17 14 15 15 16 16 15 15 15 17 16 25 21 Die Kanada ist gefüllt mit dire Wolfen. Du weißt, was dire Wolfen sind, richtig? Sie sind wie Wolfen, aber sie sind dire. Alter, ihr habt sie doch nicht alle. Alter... Alter, ihr seid echt so geil. Seid echt richtig 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 geil. Es ist eine Selbstgeleidung. Du musst es aus eigenem herausfinden. Halt es da! Hier sind deine Fotos mit dem Prinz und Prinzessin. Würdest du 2 8x10 oder 6 5x7? Ich will gar keiner. Okay, da geht's. Du kannst direkt durch da. Jetzt habe ich den 5x7. Das weiß ich sogar. Alter... Also was hier? Da muss der Henke... Wenn ich nicht so lief, Ich schraubte seine Eltern in Chilli und sie ihm. Halt es! 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 Und wie? Halt es! Halt es! Halt es! Halt es! Was ist da, Alter? Hm? Dein Inneres ist rot, Bruder. Hehehehe. Weh, weh, weh! Weh, 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 weh! Hallo? Asuko! Oh, nix. Wie komm ich denn... Ach, vorbei! Jaaa, komm! Ich hab' ich doch gerade erst besiegt. Was ist das für noch ein Griff? Verdammt! Nein! Kartenheld, ich hab' gegönnt das da einfach... ...dass ich da nicht block. Dein... Hallo, ich hab' noch kaputt! Ja, er bootet hier, seid ihr gleich daumen. Jetzt mal hier... ...ein einzelnes... Probieren wir... ...schwach... ... 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 Was? Battlestationen! Wieso wurde ich nicht geheilt? Ich dachte, wir sind ein Kanada. Oh, fuck doch die Bitsche her. Da braucht ihr euch ein Tempo krank. Und zweimal den Filomi. Und einmal mit dem normalen Angriff. Du sollst mir nicht passen! Alter Cartman! Deine Beliebtheit bei mir ist gerade um 10% gestiegen. Das ist ein Bosskampf, deswegen Twig. Twig Twig! Motherfucker! Ich finde es verwirrend, dass hier Cartman immer angezeigt wird. Wenn nur Polyprissy-Pants mich jetzt sehen können. Und dann ist das ein Team. Ich kann es nicht. Erstmal muss ich die Rüstung weg. Babbabbabbam! Schon mal 500 gezählt. Und, ich weiß nicht, kann ich jetzt schon direkt angreifen mit der Kanadischen Hallibarde, oder? Müsste ich eigentlich noch mal. Ich müsste noch mal, okay. Dann machen wir doch deine beste Attacke. Einfach alles. Dildo! PCP in 4! Christian! Sit! Shut up! Let's attack! Lass mich auf die Cyberbinche! Bullshit! Sick-Sick-Sick! Jaaaa! Alter Cartman! Jaaaa! Oh, Ziggy. Was ist das denn? Ich kann so auf den Fallen wie ich bin! Okay. 250... Ja, das läuft doch. Jetzt... Jetzt aber mit der... Chalabarde. Immer noch? Für der Schick-Sick-Sick-Sick-Sick. Nääääää... Alter, die hatte immer Zeit, ist ja mal geil. Ja, genau! Habt ihr sie noch alle? Oh, der eine angucken müsste ja jetzt eigentlich reichen. Immer noch nicht! Alter, der Schwierigkeitsgrad hat auf einmal extrem zugenommen. Aber extrem... fängt doch die Bitch. Ich kann ja nicht immer nur die Dings benutzen. Kann ich mal bitte... Danke, kann ich nicht hier was aufnehmen? Gar nix? Gut, also... Bin ich dann geheilt? Immerhin. Oh, da kann ich aber... D-d-d-d-d-d... M-m-m... Nein, 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 nein... Hier in klein... D-d-d-d-d-d-d-d